Heute öffnet der Busanal mal wieder drei Sticker-Päckchen von Panini, der Amazing Spider-Man. Hatten wir ja schon ein Video darüber. Und ja, sind auch mal drei Sticker-Päckchen hier. Da fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten. Hier müsste einmal die Rare sein, wenn es eine gibt. Kommen wir hier gleich mal zu den Stickern. Emma Stone, einmal der Spider-Man und unsere Rarez einmal. Wow, sehr schön. Nummer 10, sehr schöne Karte. Ja, kommen wir gleich zum zweiten Booster. Oh, einmal die beiden vereint. Und gleich zum dritten Booster, dritten Sticker-Päckchen. Okay. Was soll ich sagen? Pull, wegen dieser Karte hat es sich echt gelohnt. Sehr schöne Karte. Die Nummer 10. Sehr schön. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Und ja, das waren drei Päckchen zu der Amazing Spider-Man von Panini. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist auch nur ein kurzes Video, so über die drei Sticker-Päckchen. Und ja, vergiss nicht unsere anderen Videos anzuschauen. Regelmäßig neue Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Bußkanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.